wir kommen heute zu einer weiteren reise durch die clicker idle und incremental games so als erstes natürlich wieder am start clicker heroes und da gilt es heute den nächsten überwelten reset zu machen so inzwischen stehe schon seit einigen tagen hier am ende von 204.000 oder beziehungsweise am anfang sogar von 204.000 und habe jetzt eigentlich nur darauf gewartet mit euch zusammen hier den nächsten über reset zu machen aber ich brauche halt wieder um zu gucken was jetzt für den nächsten reset sinnvoll ist welche werde ich jetzt aktuell erreichen das heißt die monster minus 177 monster pro zone das heißt da ist noch viel raum nach oben das heißt da muss ich jetzt wieder nicht allzu viel investieren so guck mal hey das sieht doch prima aus viele viele sind gestorben und lohnt sich nicht zähne knirschen mal gucken 1400 könnte ich zumindest ein wiederbeleben ist noch auszuhalten und 18 auf jeden fall das heißt den werde ich auf jeden fall wiederbeleben den werde ich auch wiederbeleben weil immerhin ist das zu selten dass die sterben und der wird natürlich begraben und dafür darf er dann jetzt auf söldnersuche gehen so das heißt dann ist der verlust nicht ganz so groß wenn jetzt schon wieder 20 dazugekommen sind beziehungsweise hier dann auch noch mal 16 bis 17 dazukommen insofern sind die söldner eigentlich nur damit beschäftigt die diamanten anzuschaffen oder die rubine mit denen ich dann die wiederbelebung bezahlen kann schauen wir doch gleich mal wie jetzt der aktuelle status ist also 275 von 500 und 163 von 200 also es wird mich das auf jeden fall noch eine weile beschäftigen so aber jetzt die planung für den überwelten reset also die monster zone sind ausreichend das heißt hier war glaube ich kuma kawarro muss ich mal wieder nachschauen nachdem ich mich jetzt auch entschieden habe die auf entsprechend niedrigen stufen zu lassen wo es sich einfach keinen großen bonus mehr gibt genau minus 600 monster aktuell das heißt 400 werden sozusagen aktuell aufgebraucht um eben bis level 200.000 zu kommen aber das heißt kuma kawarro muss nicht unbedingt angehoben werden ich kann mir natürlich parallel ein bisschen mit hochziehen aber ich glaube nicht dass ich jetzt gleich auf 300.000 beim nächsten mal marschieren werde gucken wir doch mal wie die überschreitung also einen habe ich zwischendurch gemacht da habe ich auch relativ kurz gespielt weil ich schon das hätte habe nachdem ich ein paar tausend antiker seelen zusammen hatte und ausprobieren wollte okay ob sich das dann lohnt also hier waren es jetzt so dass ich 40.000 level geschafft habe jetzt noch mal 60.000 mit dem aufstieg und hier jetzt wieder zwar nur eine ein durchlauf mehr bis jetzt den zweiten den muss ich ja dann auch nochmal abschließen das heißt so groß ist der unterschied nicht aber es sind einige seelen dann mehr dazu zusammengekommen weil es sind jetzt stehen natürlich noch mal mindestens 7000 an mal gucken der 3.750 habe ich aktuell und 3.861 wird bei dem reset noch mal zusammen kommen also da sollten noch ein paar seelen wieder dazu kommen also die schatztruhen ist auch unproblematisch aber bei 7000 kann ich da auch ein bisschen was anheben also dora hat da auch keine relevanz unbedingt angehoben zu werden beim boss leben mit 45 fach ist okay da wäre sonst bubers noch ein bisschen interessant den habe ich jetzt inzwischen auch ziemlich mitgezogen beim letzten mal nachdem ich ja so viel antiker seelen zum ausgeben hatte dann die der boss timer 216 sekunden ist im moment ganz gut aber auch da werde ich auf jeden fall schon mal vorsorgen dass ich chronos weiter anhebe damit ich dort auf jeden fall genug puffer habe damit das nicht zu knapp wird und die uhr chancen das ist dann wieder at man der letztlich den hier oben den arterios baft also im deutschen heißt arterios dass die chance auf urbosse da bin ich mit 300 beziehungsweise mit 400 prozent und 300 prozent über dem maximum auch noch ganz gut bedient das heißt sie sind alle nicht so dringend was ich jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz machen werde ist den schong lot auf maximum zu bringen weil das sind ja doch noch einige punkte also noch 80 level die der maximal gesteigert werden kann und ich weiß nicht ob er dann bei 99 99 prozent stehen bleibt auf jeden fall werde ich da natürlich auch noch mal weiter investieren ansonsten die inaktiven boni weiter anheben damit die eidel kampfboni und goldboni natürlich weiter steigen und auch die urhelden seelen den pony junge habe ich inzwischen deutlich mitgezogen nachdem ich ja mehr als genug helden oder antiker seelen halt an der stelle hatte also soweit kein dringender bedarf für irgendwas aber jetzt erstmal den normalen aufstieg und mal schauen wie viel von den 7 94 dann noch dazu kommen hier seht ihr jetzt sozusagen die basiswerte noch mal 585 monster je zone gesenkt fast 35 also 3500 chance auf schatztruhe 1200 auf uhr chance und der boston ist bei 1072 und bei minus 118 ist das boss leben also da seht ihr wie stark die werte natürlich auch angehoben werden insofern sollte man sich da nicht in trüger sicherheit wehen nur weil die werte am ende noch so hoch sind wenn es tatsächlich jetzt noch um 100.000 beim nächsten durchlauf irgendwo mal die größenordnung sein sollte die ich dort erreichen möchte dann kann es schon sein dass das eventuell knapp wird deswegen so 10 level in jedes von denen rein zu geben wird auf jeden fall sinnvoll sein wie wir sind jetzt noch dazu gekommen über 500 habe ich jetzt noch an antiker seelen dazu bekommen also dann gleich auf in den über reset beziehungsweise erstmal noch den heutigen raubzug absolvieren weil da komme ich ja sonst erstmal nicht ran bis ich den nächsten reset gemacht habe also lassen wir die noch mal kurz klicken und ich aktiviere ach war schon erledigt ja also das heißt paan mein kompagnon einer von den kompagnons in meinem team hat inzwischen ziemlich aufgeholt ist mir jetzt ziemlich auf den fersen das heißt aber auch dass er inzwischen wieder in der lage ist bei den eben bei dem heutigen raubzügen mitzumachen weil wir sind immer noch dabei die titanen anzuheben also die sind immer noch zumindest bei mir waren es ja jetzt also 3800 das heißt wir sind immer noch fast 3000 10er potenzen unterhalb des aktuellen heldenniveau levels also hier sieht ja auch 3861 ist mein titan schaden den ich mit einem klick erzeugen könnte und also noch meilen weit entfernt das dauert allein noch tage mal sehen ob wir je wieder die titanen in eine vernünftige höhe ziehen können genau also 38 65 ist sozusagen der schaden den ich gestern geschafft habe durchzuführen also dann muss ich mich da nicht umkümmern dann starten wir gleich in die überschreitung und ja dann lasst uns da gleich beginnen so drei klickern bleiben hier 7633 antiker seelen sind zu verteilen also fange ich erstmal hier mit zehn leveln an das heißt so siebenhundertfünfzig erstmal ausgegeben dann hier gleich dann machen wir gleich mal zehn level 20 level rauf so pandorus bekommt sowieso nachher mit ein paar hundert sicherlich noch ab das heißt den muss jetzt noch nicht anheben so dann pony junge kann auch gleich mal 200 level hoch und die anderen ziehen wir einfach mal um zehn level jeweils mit und dann gucken wir mal was noch übrig ist so so dann mache ich den jetzt noch mal um fünf level das wird schon fast ein bisschen naja fünf level ist noch okay dann dich noch mal um zehn dann auch hier das wird auch schon knapp fünf level geht aber noch und die restlichen dann in pandorus so und dann sind wir auch schon so weit durch so viel mehr gibt es heute nicht zu sagen außer natürlich dass ich jetzt vergessen habe auf die vergoldung einzugehen aber das war ich dann beim nächsten mal noch machen weil ich habe zwar einen weiteren helden freigeschaltet gehabt aber der wird auch wieder kommen also beim nächsten mal gibt es dann mehr von der heldenfront wieder und soweit für heute von clicker hier aus und dann geht's